Ja, herzlich willkommen in Hockerzeuger. Mein Name ist Angelo und heute zocke ich mal alleine eine Runde Deep Rock Galactic Survivor, da steht es, ohne Fabian Heino, weil Heino ist arbeiten und Fabian, der ist durch Brunchen. Naja, wie auch immer. Deep Rock Galactic Survivor ist quasi Deep Rock Galactic. Wir sind ein Zwerg, sind auf dem fremden Planeten, müssen Ressourcen sammeln und uns gegen ganz, 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 ganz viele Käfer werden. Und es ist eigentlich so wie Brotato, Vampire Survivors und Bounty of One. Wir sind alleine und es kommen Horden von Gegnern, die wir platt machen müssen. Wir müssen hinterher die Nut extrahieren. Ja, und dann immer wieder aufrüsten, aufleveln. Geiles Spiel. Deswegen muss ich sagen, nicht lang schachsen. Gehen wir rüber ins Spiel. Was man noch nicht sieht, weil, da ist es doch jetzt. Okay, alles klar. Wir brauchen noch kurz die Brille. Ich habe viel mal reingeguckt, wegen dem Ton. Ihr wisst ja, Ton-Test. Und muss ich es machen. Einfach nur rennen. Spielen, schießen wir das Spiel alleine. Die sind noch gesperrt in die Level hier. Alles klar. Wir können auch erstmal nur den Speer annehmen. Die anderen sind noch gesperrt. Wann die kommen, weiß ich gar nicht. So, der ist halt hier ein Sturmgewehr. 10% Bewegungsgeschwindigkeit, 28% maximale Lebenspunkte, äh, plus 20 maximale Lebenspunkte. Ja, wir gehen einfach mal rüber, ne? So. Ich weiß nicht, ob er den Fortschritt vorhin übernommen hat, weil ich habe wirklich nur zwei Minuten kurz geguckt. Also wir müssen uns durch die Felsen graben, die Klamotten hier einsammeln und dann kommen nach und nach immer die ganzen bösen On-Level-Aufstieg. Liebt der Haino ja so sehr. Äh, was nehme ich denn hier zuhlt? Das Waffenlevel um eins, maximale Lebenspunkte, Rüstung, uh, machen wir halt einfach ein Level. Wir haben noch die komische Drohne dabei, die kann auch ballern. Ich glaube, die roten Kristalle sind Lebenspunkte. Also das Normale, äh, Deep Rock Galactic ist ja ein Koop-Spiel, was ich richtig geil finde. Hab's noch nie gezockt, aber, äh, oft genug gesehen. Weil irgendwie konnte ich ja auch nicht davon überreden, dass man das so holen. Ist halt ein Ego-Shooter und du bist halt auf diesem, auf mehreren Planeten, musst halt Ressourcen sammeln, mit denen entkommen. Und die Level sind, glaube ich, immer wieder unterschiedlich. Und du kannst dich frei bewegen. Du kannst auch wirklich tief runtergraben, hochgraben, wie auch immer. Das fand ich ja schon geil. Äh, Feuerrad erhöht, ne? Ja. So, das sind, glaube ich, jetzt hier Gold. Oh, okay, jetzt hab ich ein Problem. Ich will den Verbindungsmarker. Ich meine, für 9 Euro machst du, glaube ich, nichts verkehrt hier. Auf Steam. Ach ja, das hab ich gesehen in so einem Video. Man muss die Scheiße erst mal freiklocken, sonst kommt hier mit nichts runtergeflogen. Kommt schon, ihr kleines Viecher, schneller, schneller, schneller. Und, 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 und. Hallo, wo ist das jetzt? Ach, du musst drin stehen bleiben. Ach so, okay, geil. So, äh, das Ausnahmen von rotem Zucker erhöht, dann, ah, alles klar. Erhöht die Halle beim Stufenaufstieg? Ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Ähm, ich glaube, erhöht die Heilung. Ja, wenn du, ja doch, das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Kommt Feuerrad erhöhen. Hat man ja sehr oft auch bei, Dings gab, Bounty of One, wenn wir da zocken waren. Ähm, kaum noch Lebenspunkte, keine Heilung, bisschen Level-Up geworden. Und so kriegst du zumindest noch beim Level-Up Heilung. So, jetzt mal hier, Gold abbauen. Ich denke mal, das ist zumindest Gold. Oh, da braucht der lange Junge. So, was kommt jetzt hier? Locke den Elite an, ja. Jetzt müsste er ja eigentlich kommen. Muss er wieder aufleveln hier. Neu-Waffe, Kyro-Granate, Zug-Kopf, Nuke. Okay. Oder, ach komm, Schrobflint, der Schrobflint ist immer geil. Also, Fabian Heino, wenn er es hier sehen sollte, wie wäre es mal mit Deep Oak Galactic, dem Originalspiel? Ich habe mal richtig Laune, glaubt mir das. Müsst ihr euch mal angucken. So, jetzt sind wir durch, 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 durch. Jawohl. 10% mehr Schaden, Unge, Aufnahmbereichweite. Das ist ja auch gut. Das ist ja auch Schaden. Alter, schon wieder auf die Schrobflinte rein, ey. Wo ist das, die Elite? Jetzt muss ich die Schrobflinte aufleveln. Geil. Junge. Das ist die Schrobflinte, ehrlich? Die ist ja mega geil. Aber wofür ich jetzt hier die ganzen Ressourcen nicht brauche? Groß Zahnräder? Jetzt ist das die Schrobflinte, ne? Das Schöne ist, dass du einfach nicht Ziel brauchst. Du einfach nur laufen, laufen, laufen. Aber wo muss ich jetzt lang? Ah, da kommt sie. Töte den Elite-Schlitzer. Oh, Scheiße, ist der groß. Oh, ist er. Ich brauche mehr Rohstoffe. Sind hier eigentlich übizeitlich begrenzt, nee, ne? Man kann ja nicht so lange ruhen, wenn ich möchte. Ist halt sehr einfach geil, ne? Aber es ist halt so, dass ein Volksrezept dieser Spieler. Muss nicht viel denken. Nicht nur viel bewegen. Schießen tut er auch alleine. Schon mal gut. Ach, guck mal hier. Den schlägt er immer wieder weg. Oder auch nicht. Scheiße, jetzt wird er knapp. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiui Kein Problem Oberpro Gamer Ach ja jetzt muss ich hier raus Was ist Nowa Medium Waffe bei mir? Ach Bloß Schaden Ok jetzt muss ich hier raus Also Watt der Boss Tod Ist Musstet seal auf Zeit rausrennen Ja, ich will noch ein paar Dinger einsammeln hier. Looten, level, looten, level. Ach, scheiß drauf. Raus hier. Alter, die explodieren, die Viecher. Ach, aber kein Problem. Kein Problem. Oh, das können wir mal machen hier. Ach, das muss ich kaufen. Das kostet mir auch noch Kristalle, oder wie. Okay, wird die... Ja, das ist nicht schlecht. Für 35. Kauf ich. Kamerbanger. Waffenlevel um 2. Ja, komm. Ja, ich weiß nicht. Kann man noch mit den Dings machen? Heile. Ach, Moment. Wollt ihr mich verarschen? Jetzt komme ich mit dem, so wie er jetzt ist, ihr nächstes Level, oder wie? Ähm, großkriebe Kugeln. 30% Schaden. Moment, dann habe ich ja nicht mehr alle Medium-Waffen, ne? Elektro. Ja, ist das besser? Batteriekugel. Test hier aber mal aus. Das ist erhöhter Schadenlevel. Äh. Ach, so, fertig. Ach, tatsächlich. Es geht's hier um einen durch. Okay. Das ist natürlich jetzt eine, äh, verkackte Situation hier, ne? Ich denke, du kommst jetzt ja im nächsten Level, bist du ja voll aufgepumpt, und so weiter und so fort. Nee, nee, nee. Arschlecken. Ja, die zu töten, bringt eigentlich nicht so viel, wie die Ressourcen einzusammeln. Ja, hab ich ihn nicht gerade? Dann ist doch schon alle kaputt. Episch. Ja, komm, episch ist immer gut. Kann man eigentlich noch den kleinen Dings hier aufleveln? Den kleinen Roboter? Oh, ich bin jetzt zu gierig. Jetzt war ich zu gierig. Ach du Scheiße. Wo ist denn der Versorgungsmarker? Wo ist der denn? Sag halt mir doch mal, wo der ist. Ist irgendwo der Karte oben liegen? Ah, okay, Minimip. Ich glaube, die Dinger kann man irgendwie abbauen. Da gibt es glaube ich Erfahrung oder Heilung für. Ach nee, Gold. Versorgungsmarker, der ist wichtiger. Ah, komm, renn, renn, renn. Da, sehr gut. Ach ja, ich muss aber die ganze Scheiße freikloppen. Ah, so eine Scheiße. Explodierkäfer. Komm, mach, 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 mach. Ach, wir wollen erst mal ab. Ich renne in die falsche Richtung. Ah, Gott, egal wo ich hinrenne, es ist... Ah, sehr gut. Sehr gut. Äh... Auf jeden Fall Heilung. beim Level-Up. Krieg schon saugut. Komm, heil dich doch eigentlich... Ah, ich dachte, wir level-up noch. Scheiße. Ah, ich dachte, gib noch ein Level-Up. Ah, gefällt mir. Ah, ich dachte mir alle gar nix jetzt hier. Vom Fortfahren. Verbesserung. Ah, komm, jetzt kann ich den Knüchel hier aufwerten. Maximale Lebenspunkte. Höre den Schaden. Wie viel Prozent? Vier. Ich glaube, Nachleger schon, den können wir nicht schlecht, ne? Ach, Lebensregeneration. Machen wir noch Lebensregeneration. Was ist hier mit der unten? Hä? Ach, kann ich jetzt weiter leveln? Mal Lebensregeneration. Ach so, okay, da brauche ich fünf von den roten. Ah, alles klar. Dafür brauche ich zwei von den gelben. Habe ich. Wird den Schaden? Habe ich doch, hallo. Mir werden acht angezeigt. Na, keine Ahnung. Guck ich mir irgendwann mal an. So, weiter. Gefahr. Irgendwann nur der Speer. Klassisch. Rein. Rein in die Horde. Also, das im Koop, so wie bei Bounty One, hier eben mit einem Fernseher und einem Monitor, wäre richtig geil. Oder auch online. Aber ich lebe wahrscheinlich immer von Anfang an neu, ne? Nachladegeschwindigkeit. Ja, macht schon lauter, ey. Ah, komm her, du. Du widerliches Tier. Nur ein toter Bug ist ein guter Bug. Na, ich muss wieder zurück. Ehrlich jetzt? Das ist nicht ganz so scheißfähig zurücklatschen. Feuerrad erhöhen. Ja, guck mal. Hier ist natürlich ja nix, ne? Du brauchst einfach nur hier kaputt kloppen, da kaputt kloppen, das war's, ey. Ne. Hier. Hier Heilung. Level up. Ja, warum schießt du jetzt nicht, du wie du gut? Die Schrotflinte brauche ich. Oh, der braucht echt lange zum Nachladen, ne? Oh, heiliger Scheiß. Ich brauche die Schrotflinte. Ich werde schon zu gierig. Die Kurschen und Kristalle bringen gar nix. Hm. Ne. Waffelöl 2 ist besser. Gibt's hier keine Kristalle mehr? Irgendwelche Edelsteine? Da, da. Ich glaub, die waren Heilung, die roten, ne? Jo. Ja, also ohne schrubbelnden Nahkampf ist das scheiße. Ach, komm, Junge. Jetzt grab dich mal hier schnell durch. Da haben wir sie doch. Oh, ich geh los hier. Oh, hast du so'n Raketenwerfer da rein? Bann ab, wär gut. Oh, weg, weg, weg. Äh, hier 10% Schaden an allen Produktiv. Ah, da ist er Vieh. Schießt, Alter. Wie lange braucht der zum Nachladen? Wo ist eigentlich meine EP-Leiste? Warte, unten. Schneller, schneller. Oh, jeder Menge EP hier. Ja, geil. Ja, das ist gut. 30% mehr. Damit der das näher aufsammelt. Äh, von weiter weg. 5% Abbaugeschwindigkeit ist auch gut. So, jetzt rennen, 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 rennen. Ach, seht, ich geh vorne. Können wir ein paar Rote einsammeln. Ja, das ist einfach. Also, der erste Löffel ist immer aber im Zweigen gerade war kacke. Hier auf jeden Fall Schrotflinte. Ach ja, da kostet der Kohle. Scheiße. Idiot. Fortfahren. Ja, im Koop, hör mal. Wäre richtig geil, oh. Der Sound ist auch geil. Ba-bam, ba-bam. Oh, da bin ich nicht aufgepasst. Das ist eigentlich dieser goldene Bereich auf der Karte. Ach so, es sind Schluchten. Okay. Komm, komm. Yeah, give me some sugar. Give me some sugar. Episch, aber sowas von. Jetzt werden noch Granaten geil. Wir haben einen Schroo in die kommen. Ach, die können sich auch durch die Felsen graben, die grünen. Ah, ich dachte, ich könnte mich schön durchgraben, weißt du, und dann alle platt machen in diesem engen Gang. Ja, scheiße ist. Jetzt im Süden. Ja, natürlich im Süden, wo ich jetzt nicht hinkomme. Komm, grab, 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 grab. Ach, die explodieren, ja. Wo muss ich hin? Wo bin ich jetzt? Da unten. So. Mach weg, die Scheiße. Ach, ich wollte warten, bis die anderen Viecher da sind. Wirklich halt beim Stufenausstieg. Das ist wirklich sehr gut. Oh, mehr Schaden hier. Ich dürfe mich jetzt nur nicht einkesseln. Komm, Plinte. Ah. Wollt nie aus, ey. Das ist jetzt scheiße. So. Oh, das ist weg. Äh. Feuerrate. Feuerrate. Oh, scheiße. Oh, die machen aber auch Schaden, die Viecher, ne? Das Problem ist, dass du dich in so eine Sackgasse manövrieren lassen, ey. Dann hast du nämlich ein großes Problem. Vor allem, wenn du nicht springen kannst. Komm. Der schießt so langsam. Immer noch kein Level ab. Ah Gott, die vergesse ich jedes Mal, dass ich hier die Scheiße mache. Komm, wir hoch. Wir brauchen ein Level ab für Heilung. Was tötet den Elite? Was? Magthera. Ach, ja, so ein Flugvieh. Komm, jetzt haben wir zum Beispiel die Schrubbete für das Riesenfeeder. 18 Schaden für alle Projektierte. Da hört sich auch die Schrubbete zu, ne? Ja, wobei, ist denn mehr Patronen? Ja, kügelchen meine ich. Oh, jetzt sieht gut aus, Fimmer. Er wird alle kinetischen Schaden. Ja. Was benutzt ihr denn jetzt kinetischen Schaden? Na komm, hier nachher. Schwierigkeit. Achso. Ja, oder? Ah, hier, das hier auf jeden Fall. Zack. Oh, das hat weh. Ja, so vom Nachladen gespielt, kann man ja gar nichts, wenn ich Ali bin. Strohflinte? Äh, werden die auch noch stärker? Komm, jetzt kill das Riesenflug, wieder einmal, nehm sie durch. Ich muss hier weg, ich muss hier weg. Okay, ähm, 15% Schaden, Nachladegeschwindigkeit. Ja, komm. Das schaffe ich. Da, komm mal, ich noch ein Level ab hier, ne, mach ich noch nicht. Oh Gott, oh Gott, das wird schwierig. Ui, ui, ui. Aber sowas von completed, mein Freund. Mhm. Ähm, mach jetzt die Feuerrate mehr. Ach, hier war genug, ne? Ich diese schon, achso, ich schrubb den Level 2. Äh, Feuerrate höher. Dann das hier noch und das hier. Geil. Komplett durch. Ach, geil, oh, jetzt geht los. Halt mal, links schlicht doch jemand mit. Ach, nee, das sind die, die Fortschritte, die ich hab, die oben auch auf der Leiste sind. Ja. Ja, gib mir ein bisschen Zucker. Gib mir ein bisschen Zucker. Aber ich mag ja wissen, weil ich die anderen Klasse hier freie spiele. Was muss man dafür machen? Ja, komm mal. Ah, Lupaka ist nicht, also okay. Ach, den hab ich gar nicht gesehen. Den kleinen Scheißer. Von wo kommen die hin? Ach, scheiße, direkt vor mir. Von wo kommen die hin? Oh, nein. Die sind Explosionsviecher. Die halten mich doch bestimmt, ne? Okay, schnell verwarf ich in die Richtung schießt, oder? Hm. Granate kommen. Ja, der will hilft dir immer dahin, wo keiner steht, ey. So, komm, jetzt warten wir sie hier. Ach, scheiße, die kesseln mich ein, die Viecher. Oh, nein, der Bumbumback. Wochenlevel ab für die Heilung. Aber bei all den Käfern weißt du manchmal gar nicht, wo diese Explosionskäfer sind. Aber ich brauch Heilung, ey. So, jetzt hier unten einmal rum. In der Hoffnung, dass ich mir die Heilung bekomme. Ach, scheiße, da oben ist wieder kaputte Pisskrater. Ach, ja, der Ding hab ich ganz vergessen, hier. Oh, nein, 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 nein. Jetzt komm ich da nicht ran, ey. Levelaufstieg. Wegungsgeschwindigkeit, jawoll. Oh Gott, du, der mich ja idiot, ey. Huh, unser Hallon, ey. Komm hier zurück. Ich will doch nur looten. Und überleben, natürlich. Ey, ich zieh die wirklich wie so'n Rattenschwanz hinterm Meer, ey. Ja, noch ein Swarm, wie viele noch? Oh Gott, das ist so doof. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Ich höre die Scheiße, Freimachander. Ja, jetzt ist Game Over. Jetzt haben sie mich. Ah, oder auch nicht, oder auch nicht. Doch, er hat den kleinen Käfer berührt. Das ist nicht fair, nee. Doch, wie sie da raufhacken. Ah, guck mal, noch freigeschaltet. Ah, oben links sieht man jetzt das Level-Days. Level 3 erst. Äh, fortfahren. Ja, nur 2%, ey. Ich glaub, Abbaugeschwindigkeit ist auch nicht schlecht, weil dann brauchst du nicht so lange um in der Lebensregulation. Davon hab ich gar nicht nix gemerkt. Mach ich mal Abbaugeschwindigkeit. Was kann ich noch machen? Über die Nachladegeschwindigkeit. Über den Schaden. XP. Ähm... Ne Aufheberadius. Okay. Aber ich würd gern die Waffe wechseln. Hä? Oder hab ich die jetzt freigeschaltet, dass ich die im Spiel bekommen kann? Sandwiches und Beers. Ja, das ist einfach wie ein Popelkacke. Weißt du? Hm... Ja. Okay, aber die Roten geben dann Heilung. Was ist das denn? Äh, die Pilze? Achso, sammeln Brulow Cup. Okay, alles klar. Aufnahmereichweite. Oh, die einen Roten geben mir Heilung, und die Roten geben jetzt hier, äh... Ist quasi die Währung. Woher weiß ich denn, welche welche sind? Schieß doch, Mann, ey! So, jetzt kramen wir uns hier durch. Wir gehen oben zum Supply-Punkt. Der diesmal komplett im Felsen ist. Komm, komm, komm! Wir müssen ja nicht draufgehen, ne? Wenn die gewonnen abkommt. Oh, voll, der ist doch geil, ey! Viel voller Heilung. Ah, guck mal, jetzt kommen die ganzen anderen ab von hier. Oh, scheiße. Falschrichtung. Oh, scheiße. Hier ist wieder Heilungskristalle. Ja, guck mal hier durch. Ah, nee, Explosionskäfer. Ihr blöden Viecher. Alter, Loot-Bug. Okay, schießt hochkalibrige, durchschlagende Geschosse. Ah, wir sehen die mit den höchsten Lebenspunkten an. Hm? Test nochmal aus. Oh, geht die durch? Diese Nachleidegeschwindigkeit ist mir echt für den Arsch hier. Ah, willkommen im EP-Schlaraffenland hier. Geh mal her damit. Okay, jetzt hätten wir irgendeinen Magneten an. Was heißt das? Was ist jetzt der Magnet da? Ich finde es jetzt heraus. Boah, sehe ich ja die Schofen, ey. So. Ah, okay. Dann sind halt ja alle ein in der Umgebung. Hm. Alle deine Waffen, ne? Ja. Boah, ist halt auch eine starke Waffe für den Nahkampf, ey. Das ist halt dieses Projekt, wenn er dann nicht... Das ist halt gut gegen größere Gegner. Ach, Glück. Glück hat er noch nie noch gebracht in irgendwelchen Spielen. Komm, jetzt kippt mal den Oberkäfer hier. Weil sonst werden die euch alle stärker. Komm, mach doch. Sehr gut. Hm. Feuergeschwindigkeit. Wenn ich sich lange aufhalten, denke ich durchlaufen. Oh Gott, das ist so viel XP. Ja, okay. Scheiße, so viel XP, ne? Ah. Die kriege ich jetzt nicht mehr. Ja. Alle Medium-Waffen. Was ist denn jetzt eine Medium-Waffe? Hm. Toll, ich hab 22. Ich kann ihm nichts kaufen. Ach so, das hier. Hier ist ein Ladar von der Feuerraten. Die Elektro. Buh. Ob Elektro gut ist, keine Ahnung. Get it done, Miner. Komm, wir müssen die Kuscheln-Pilz hier sammeln. Ach so, halt, Lupak. Lupak. Das ist egal, dass der Grease geht gar nicht nicht, oder? Ach, keine Ahnung. Ah, okay. Die großen Kugeln sind auf jeden Fall durch. Jetzt mach ich mal den kleinen Bogen hier oben. Holen wir den Supply-Punkt und die Loot-Dinger da vorne. Haha, sehr gut. In der Theorie zumindest. Oh, Fick, Scheiße. Und wir zurücklaufen. Machen wir uns alle hier an. Und genug Zeit jetzt. Sack hoch. Ja, warte, 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 warte. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Erst, erst, wenn die alle da sind. So, jetzt. Baa. Gar, aber sowas von. Äh. Äh. Ach, weiß ich nicht. Dann nehmen wir hier den roten Zucker hier. Das war gut. Das war ja perfektes Timing, oder? Hm, hm, hm. Feuerrate. Haha, die alle weggehe. Geil. Haben wir ein Level ab. Sehr gut. Äh. Alle Waffen. Alle Waffen, ne? Ja. Warum nicht? Ja, Richtung in die andere Richtung. Dann graben muss man hier durch. Geben die jetzt auch Energie? Ne. Das ist geil. Zack, bist du nämlich hier im Nadelöhr. Kannst du reinballern. Jetzt leider nicht mehr, weil ich abhaum muss. Ach, hier die Explosionsviecher dabei, ey. Neu, Schrot, auf jeden Fall Schrot, Junte. Habe ich nur gerade, wie der hier drei Waffen gleichzeitig handeln möchte und seine zwei Arme. Ja, ja, Freunde, jetzt kommt mal her. Jetzt kriegt ihr alle mal die Schrot in die Fresse. Haha. Oh Gott, der ist richtig schnell, der Typ. Aber egal. Ich hole mir jetzt die Loot. Level up. Und her mit der Heilung. Zwei Prozent. Ist das viel? Nein. Die war zehn Prozent mehr Schaden. Okay, der hat aber echt viel aus, ey. Jetzt kommen sie von allen Seiten gleichzeitig, so eine Scheiße. Ah, der kann sich auch durchgraben. Na, runter. Ich hänge fest. So, jetzt machen wir hier einen kleinen Bogen rum. Und dann hole ich mir die EP, beziehungsweise verziehe mich jetzt gleich. Schieß doch! Okay, schau auf die Loot. Weg hier. Weg, weg, weg. Ah, ja, ach mal, jeder merke Zeit. Neu. Wäre schon jetzt zu übermütig. Komm schon, ein Level ab noch. Ja, geil. Zack, jetzt höre ich ab. Alter, produktiv auch, ne? Läuft doch hier. Leider habe ich nicht genug von diesen Pilzen gesammelt. Okay, level ich jetzt die auf Episch ab oder die Schrollflinte? Also, besser. Die ist gar nicht mal so schlecht, ey. Ja, toll, jetzt kann ich hier nichts mehr machen. Was heißt denn hier alle austauschen? Ich teste es gar nicht erst. Verbesser den Deepcore sammeln auf 250 Niedrackgestralle. Oh, Junge, du bist ja auch im Graben, gerade wie ein König, ne? Oh. Ah, dann müssen wir hier stehen, oder? Schrollflinte, schrollflinte, schrollflinte. Was ist denn hier? Sind wir für Blasen hier? Gut, abhauen, 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 nichts übermütig werden. Oh, ich brauche so lange zum Hacken hier, ey. Ja, guck mal, die sind so doof, die rennen vorbei. Alter, halten die jetzt viel aus. Aufnahmegeschwindigkeit. Aber Reichweite, er gesagt, ich will Sie sich nicht galt. Wo ist der? Na, natürlich im Süden. Na, guck mal, einer kleinen Bogen hier rum. Döööööööööööö So. Scheiße, der kleine Bogen immer größer. Hä? Wo ist denn jetzt der Dings? Da. Warum muss der wieder so viel... ...viele Steine drumrum sein? Oh, jetzt wird er aber knapp. Das ist ja das gemeine Scheiße jetzt hier, ne? Ah, okay, doch. Funktioniert, funktioniert, funktioniert. Warte, 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 und, und, jetzt, und, und. Bam! Hahaha, das ist so geil, ey. Brrrr, noch ein Level ab, komm. Feuer, lass dann einfach... War die nicht vorhin schon auf Level, auf Level 3? Ah, sind die auch nicht schlecht, ne? Mehr EP, desto mehr halt die aus. Oh, nein, da sind die Explosionsviecher, da muss ich aufpassen. Oh, da ist... Alter, wie das aussieht, ey. Oh, scheiße, von Norden kommen sie auch noch. Okay, durchmuddeln, durchmuddeln. Oh, Gott, da sind die kackten Explosionsviecher. Oh, liegt da viel EP. Oh, ich werd grad so gierig, ne? Aber ich hab's, das lohnt sich. Das lohnt sich sowas von. Nochmal mehr, 15% mehr Aufnahmegereichweite. Oh, wir haben ja... Haha, geil. Wann nehm ich jetzt die Granate, oder? Wann, das Ding, ja, schnell Feuer... Ach, komm, wir haben doch schnell Feuer, da fährt zu. Hebt mir euren Loot her. Ah, guter Mann, ey. So muss das hier sein. Und wieder Level Up. Episch, ich seh nur episch, egal ob das ist. Ich seh einfach nur episch. Sind dann wieder runter. Da, das hab ich gesucht hier. Oh, jetzt holen wir uns die ganzen Level Ups hier. Geiler Typ, Angelo. Sechs Rüstungen, jawoll. Okay, es war ein Problem, in der Stecker werden. Komm, jetzt kill den Dicken, kill den Dicken endlich. Komm, 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 komm. Aber das war zu lange jetzt hier, ey. Ah, klappt trotzdem. Einfach durch. Siehste. Nachhaltensschwindigkeit. So, tschüss, ihr dreckigen Kackviecher. Hm. Aber hab ich, schau, ich brauch keine Säure. Äh, selten, lass ich mal... Ich verstehe nicht, ich fühl mal die doch episch. Ah, hier auf jeden Fall Feuer. Ja, warte, wenn... Doch, ich kann eigentlich alles aufrüsten. Zack. Ähm... Ja, komm, ich soll's. Nimmst du's mit. Geht noch weiter, wie... Wir lügen nicht nur auf. 14 Minuten schon, ey. Das Problem ist, ich weiß nicht, wenn ich jetzt aufhöre, ob der dann dann speichert. Ach, die schießen jetzt auch noch. Du hörst du... Bam, 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 bam. Ja, ich darf nicht schämen bleiben. Das ist ein Fehler. Einfach mal kurz nach Norden rennen. Dann einen kleinen Bogen machen und dann die ganzen Erfahrungsdinger einsammeln. Das ist so viel Sinn auch gar nicht. Ja, natürlich recht in den scheiß Schwarm rein, ey. Ach, du scheiße. Ja, schon müssen wir mal diese Kamikaze-Viecher. Da kommt die Geschwindigkeit. Haha. Pfff... Da kommt noch ein Bogen rum. Oh, Blumen. Wollte ich noch Blumen einsammeln. Eigentlich wollte ich mir die EP holen, ey. Ja, Alter, wie viele denn noch von den Sperren? Ah, okay. Soviel soll ich immer nach links rüber gehen jetzt. Vielleicht kann ich unten lang. Ich krab mich jetzt hier durch und dann... Tschüss! Mach jetzt einen großen Bogen da hinten rum und hole mir die Erfahrungspunkte. Sofern die mich lassen überhaupt. Alter Schwede, ey. Wo ist nicht hier der Supply überhaupt? Danke. Gerade drüber gesprochen und da ist er jetzt. Wir haben noch kurz noch ein Level abgeholen. Und somit auch Heilung. Ne, wohl auch nicht. Ne, warte, 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 warte. Erstmal, wenn die alle da sind. Das muss sich ja lohnen. Komm schon. Naja. Hat sich diesmal nicht gelohnt. Ich hab ja keinen Statuseffekt. Doch Elektro, aber ich hab noch Elektro-Patronen jetzt drin, ne? Testen aber mal. Scheiße, jetzt bin ich aber sowas von dem ausgelandet. Oh. Oh man, oh man, oh man, oh man, oh man, oh man, oh man. Bist du Heilung? Ich glaub ja, ne? Jo. Ich werd schon wieder gierig. Ich werd schon wieder gierig. Ich werd schon wieder gierig. Du auf, don't die, ey. Du auf, don't die, ey. Oh, jawoll. Ich weiß hier, warum die explodiert sind, keine Ahnung. Aber ich weiß hier, warum die explodiert sind, keine Ahnung. Das ist ein Tod. Wo ist denn die Elite? Der ist nicht hier. Für, für Krallen. Ah, da ist er doch. Für Krallen, die aus dem Boden gucken. So, 25 mehr Schaden. Aua. Diese Explosionsviecher. Ah, komm, hier war ich schon mal. Ah, sehr gut. Sammler 200 irgendwas. Oh, holy moly, holy moly, ojo, homerun, homerun. Ihr kriegt mich nicht, ich renne in die Horde rein. Ich renne genau durch. Na toll, wir sind noch stärker, die Viecher. Braucht nur ein Level-up, ich brauche nur... Oh, die Flugartel, na, kacke. Der muss der scheiß Elite jetzt. Die brauchen ein Level-up. Ah, das ist Elite, doch. Ey, Jungs, guck doch mal woanders hin. Ein Therapist. Ah, da ist Heilung. Aber auch die anderen Scheißdinger. Oh, das dauert zu lange, die Kristallen. Nein, 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 nein. Ah, Hilfe. Okay. Zumindest sterbe ich wie ein richtiger Zwerg, ich bin tot. Ah, guck mal, ob ich sie alle mitnehme noch. Ah, schade. Neues Artefakt freigeschaltet. Gold-Scanner. Noch ein Artefakt. Über den Tag dunkel freigeschaltet, alles klar. Ja. Oh, meine Nase ist weh. Scheiß Brille. Das war Deep Rock Galactic Survivors. Ich finde es geil, im Koop wäre es noch geiler. Vor allem im Couch-Koop hier mit Heino und Fabian, das wäre richtig lustig. Mal gucken, was das hier noch so bringt. Dieser neue Early Access. Ich bedanke mich fürs Einschalten, ihr Süßen. Und sage bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.